Hallo, ich bin Max, Studienberater an der Hochschule in Midweida und ich zeige dir jetzt, warum du bei uns studieren solltest. Die Hochschule Midweida bietet mehr für dich. Mehr Studienangebote, mehr Unterstützung während deines Studiums, mehr Möglichkeiten, dich selbst zu verwirklichen. Wer in Midweida studiert, lernt die Realität seines künftigen Berufes hautnah kennen. Wir verschreiben uns den angewandten Wissenschaften. Verstaubte Theorie findest du woanders. Von Medien und interkultureller Kommunikation über Wirtschaft und soziale Arbeit bis zu Informatik und zukunftssicheren Technikklassikern wie Elektrotechnik und Maschinenbau. Bei uns findest du den Studiengang, der dich wirklich interessiert. Dabei achten wir darauf, dass unsere Studiengänge immer die aktuellsten Trends vom Arbeitsmarkt aufnehmen. So sind wir die erste staatliche Hochschule in Deutschland, die neben einem Games-Studium auch ein E-Sports-Angebot in ihrem Programm hat. Noch mehr Praxis gibt es in unseren Hochschulprojekten. Egal ob Motorsport-Team oder Theater, Musikfestival oder unser internationaler Cosmo-Club. An der Hochschule Midweida findet jeder das passende Angebot für sich. Ein kleiner Pluspunkt, neben unseren einzigartigen Inhalten lebst du in Midweida günstig. Studieren und reisen statt jobben in der Freizeit. Wenn du dich jetzt für ein Studium bei uns interessierst oder du Fragen zu unseren Studiengängen hast, dann melde dich einfach bei mir. Per E-Mail, Telefon oder einfach per WhatsApp. Bis bald Midweida.